武ck Willst du Dinges? Was? Ich muss mich nix 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 Was? Will ich was? Ja! Tu ich ich nehme auf! OH SHIT! Ich will das nicht! Junge Der fragt bisschen klar und ich sag Deito, so soll Deito Noch nie gehört? Erstmal den anderen Tabela kill, wo ist das andere? Hä, wie ist das? Oh, Killsteal des Jahres! JAHU! Wie schwer du dich noch einmal, dass ich irgendwas ziele? Psst! Weiß doch keiner! Doch, passt doch aufhören! Hallo, sterben sie? Abfangkommando! Alter, als Form! Geil! Ich krieg mich mal in Kill, ey! Nein, wir haben den Raum nicht mal mal DM genannt! Dann, dann, dann! Dumm, dumm, dumm! Musst du irgendwie jedes Mal, mach mal DM, fang, ey! Dann! 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 Entweder hast du mir grad für eine Sekunde das Leben gerettet oder mich umgebracht! Ich weiß nicht! Wo ist das andere? Verstecken spielen! True story! Werden jetzt nicht auch verlesen! Ist das nicht Jump? Da! Das tolle 2 gegen eins da! Ja, ja! Ja, ja! Ja, wo ist der Typ? Weiß ich nicht! Ich hab grad noch die Leiche von dem gesehen, die du da in den Kanal geschleudert hast! Was? Gefunden! Ich hab ihn auch gesehen! Nein! Nico, passier dich! Das ist meiner! Nein! Guck mal, diese D-Taste, ey! Nein! Was? Oh, meiner! Ich drücke D! Und? Nichts passiert! Okay, jetzt! Guck mal, Nico! Bist du mal dich? Fuck you! Okay, okay! Okay, okay! Okay, okay! Oh, fuck it! Okay, okay! Der geile Jump, ey! Aber wo ist der Typ hin? Der eine ist raus! Oh mein Gott, der ist hier! Ich gehe mir davon aus, dass er DC hatte! Fuck it! Kann man so nicht da oben gehen? So? Was der andere war! Als ob der jetzt die ganze Zeit wegrennt! Okay! Dann halt kein Assess! Als ob die nur wegrennt, man! War das ein Versuch zu attackieren? Spiel du! Du meinst, jag! Spiel du mal Chaser, Nico! Alles klar! Früh du mal Chaser auf Bayern lernen! Geht ja nicht! Ey, das mit dir geht gar nicht klar! Das ist die übelste Einschränkung! Als ob dir so ein Bein fehlt, meinst du! Okay! Du fehlst dein Bein! Ja! Pass auf! Die Wehtaste, mein rechtes Bein! So, pass auf! Ich leg jetzt den ultracoolen Jump hin! Okay! Okay! Dann müssen wir andern machen! Ich bin mal grad auf Kamer! Alles klar! Oh! Ich bin mal woher... Ich bin mal. Fah! Ich bin mal da... Für mich? Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Schütter verhalten sie. Ist ein anderer schon mittlerweile drin? Nein. Jo, die wird grad so gestorben. Könnte ich nur manchmal nach rechts dutschen. Aber... Schneppst du eigentlich in der Woche mit der Reihe noch mit Marco? Wie? Ja, in der Woche halt eben, weil... Ja, klar. Schlicht. Seitdem der in Italien ist, irgendwie nicht mehr. Oder seitdem der in Italien war. Eigentlich so. Hallo, stirbst du mal? Danke. Alter, was ein behinderte Stück Scheiße. Ohne Witz. Ist das langweilig. Du möchtest das ganze jagen und... Pass auf, jetzt kommt die super Antwort. Schreib die... Äh, ich gammel nicht. Ich spiel Chaser in Deathmatch. Ich bin behinder. Ja, ey. Toll. Bravo. Applaus. Um das zu... Was, 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 was. Was nochmal festzuhalten? Yellow, Green, Rose, Best Chaser, EU. Ja, also echt, Alter. Lass mal... Ey, du musst gegen die Chaser 1-2-1 machen. Ja, okay, ich bin Chaser. Die rennt ja eh nur weg. Das... Das sind die Chasers, rennt die weg. Aber manchmal kann ich das sogar verstehen. Was? Ja, wenn du an den Chaser wegläufst, so viele Leute, wie die da hinterher laufen. Stun, 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 Push. Stun, 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 Stun. Stun, 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 Stun. Stun, 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 Stun. ich habe nachgefragt ob der Bock auf die M hat Fäden hat er ja man, der ist die M4 ja, wo können wir dieses Stück Scheiße schon wieder ey in den nächsten 4 Minuten keiner kommt hab ich wieder Fun Life ich hab die ganze Zeit schon 31 HP hier ich überlege, ob ich dann Char wechsle dann du weißt, was passiert ah, dann kann ich nicht blocken ich kann grad auch nicht blocken boah, wo ist sie denn? ja grad hier unten wo? unten in der Gegend hab ich grad irgendwo gesehen da ist sie ah, hier drin ist sie da ist sie ich renne sie um ihr Leben ja, die kann vor mir weggerannt und ich muss das machen ich werde lieber reden zu gehen ah, hier draußen war die grad nicht hier reingegangen ja, sie oh Gott, das ewige Wetter gucke ich jetzt an Sven Sven Farn oh ne witzig hau, die will ich auch einfach mal ne? ist sie keine Ahnung, wie ist grad eben hier rausgekommt oder nicht? hallo, faggot, wo bist du? Junge, das kann doch nicht wahr sein ah, hier unten ist sie on my way mein kill scheiß geht's wo ist es, Max, wo ist es? ich wollte eigentlich nur ein Stück schreiben mit Breakers schreiben oder? ja kann man mal killen das ist einfach dieses richtige Geschwür in dem die Definition von Aids und Krebs zu gleichen solche Spieler, ich hasse sie und was ist mit Ebola? na gut, das gehört ja irgendwie dazu na gut, das gehört ja irgendwie dazu hier, das da vorne die reine Zeitverschwendung die reine Zeitverschwendung come on, come on, come on, come on, come on, come on oh, oh, oh come on, come on ich cure die mal eben, ne? ja besser als cure junge cure plus nacho 2.0 solche Leute ja also, kann doch nicht wahr sein hallo, Nico hallo, Max hallo, 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 hallo hallo, 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 hallo wir haben übrigens gerade ein Target, ne? wir waren das Feuer, gell? was? die RCS mit den Jürgen auf ein, was? die RCS na, oh mein Gott kristall, save my life kristall, save my life kristall 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 Grüße auf das Märchen Märchen, ja Just die Wo ist er? Nein Ja, das sind 19 Tage Hm, wechsle ich, wechsle ich nicht Hm, ich behalte mal zuerst Ich würd's so lieben, ey Yellow Queen Rose Best DM Haben wir was getrunken? Fuck you I'm done, bye I'm done, bye Nein Nein Danke sehr Ich bin hier sehr verbunden Ich bin hier sehr verbunden WTF Hallo, kommst du mal runter Hallo Mach nicht den Chaser Wup, wup, wup Wup Warum kennst du... Ah, das ist ja jemand Da ist ja jemand Kennen wir den? Der ist dort im Clan, ja? Genau Alles klar Kommt hier mal endlich bisschen Action rein Erster Halt kannst du nicht eigentlich komplett rauscutten Nein, echt Fuck Ich lasse das drinne Jo, was hat der für ne Breaker Range? Frag ihn, nicht mich Was so... Tu ich's du? Ich's ja Das war die richtige Frage bei der Breaker Range Boah, meine Finger fehlen wieder ein Oh, Max, du regelst Wieso spass ich's irgendwas downloaden? Okay, das stimmt Okay, das stimmt Oh Gott, ich verkackler, ey Erzieh dich, ich mag dich nicht Nicht nur du Aber seine Breaker Range ist echt krass Der arme, der lebt Oha, du gibst mir SS Oh nein Ich sag Hä? Hä? Genau Hä? Junge Seine Hits treffen mich und treffen trotzdem irgendwie Ich spiel grad wieder irgendwelche Retard Einfach diese... Diese... Ich kann nicht... Rechts... Funktioniert Nico, ich komm und helfe dir Ich will doch nur nach rechts touchen können Wann immer ich will Ich will doch nur nach rechts touchen können Ich kann ja nicht mal nach rechts laufen Ja genau, wir haben die Luft abgefahren Ja... Sauerstoff Richtig geil Bis es brennt Wir haben gesagt, wir haben den Wasserstoff hinzugefügt Alles klar Ja Alles klar Weißt du, manche Amas tun mir richtig leid Mir nicht Die finden es kacke, dass sie immer gekickt werden Weil sie Amas sind Aber... Dann sind Leute wie der... Wow Wie der Typ eben Einfach so das beste Beispiel dafür, warum sie gekickt werden Warum sich niemand mag Ich bin mit meinem Armored auch an Dorn gekickt Von daher Ja Ich spiele nochmal Oh fuck Jo Ach, beide haben Loweit Die FPS Einbrüche von der Aufnahme Alter, ich kann nicht ziehen Ja wohl die Grafikkarte, man Okay Muss ich irgendwann nicht mal machen Ja Ich hätte auf Lay easy Hast du nicht einmal Framer so richtig Und auch keine 1000 Gigabyte nach einer Aufnahme von Fraps Boah Crit Meine Ich zieh nicht Junge, ich hab beide auf Low gehauen Halt's Maul, ich hab den zwei Crits gegeben mit Seth Ich hab auf Yidio hier T-Back in dein Face Ich hab auf Yidio hier T-Back in dein Face Ich hab nie wirklich bei dem Spiel in den Ok Nein, nur nicht Seth wurd nicht genervt Breaker wurd auch nicht genervt Digga wurd auch nicht genervt Halt's Na Einer kann die sehen Sieht es einfach im Chat, ey Ich spiele diese Taste und man hört es Aber es geht nicht weiter Aber es geht nicht weiter Wird der accomplished Eingebrochener Algorithmus Ja, also im Rhythmusglitz und so Oh mal! Falscher Glitch! Ich muss die ganze Zeit hinweglaufen, das ist richtig behindert. Nicht ganz. Nicht ganz. Hey, wo ist der Typ? Er ist rausgegangen, man. Ja, warum? Hat er irgendwas gesagt? Nein. Vielleicht waren wir ja zu gut. Vor allem ich. Achso, als Dämler. Ähm! Okay. Ah, das wollte ich grad schreiben! Was noch? Irgendwas mit TB. TB wurde downgraded, du konntest mir erstes gedrück halten. Stimmt. Okay, okay. Auf, ich gucke. Oh mein Gott! Ohhhh! Ich hab gedacht, ich hätte CS. Wollte blocken. Und dann extra. Okay! Du hast einfach jedes Mal das T vergessen, ne? Das war schon mit Absicht nur ganz am Ende. Wack. 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 Wack! Wack. Wack Wack. Wack. Jesus, das hat er mit dir gemacht. Äh! b b 6 hau schwarzen schwarzen werden schien 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 ich kenne ich auch ich krieg grad richtig Hunger ich ähm nicht Ich hab irgendwas getroffen, aber ich hab keinen Assiss bekommen. Ich hab seine Leiche, Alter. Wow, er spielt auch Exo-Breaker, sagt mir das doch. Hold on. Okay, da nicht. Ja. Choo! Choo! Such an old German Proud! Such beauty! Much FPS! Junge! Gib dir dir. Wenn du mich noch einmal hittest, spiel dich mit, ne? Spielst du ja geil! Du stehst gerade richtig hardcore im Weg. Ah, push me baby, one more time. Wo assist? Okay, wo treffer? Fuck you. Fuck, fuck, fuck. Nicht durchdrehen. Oh fuck, da war der Breakup-Typ. Okay, top Scores, ne? Okay. Hat keiner gesehen. Was auch immer. Ja. Yo, Junge. Was ist jetzt? Critical Death. Halt doch mal auf, Alter. Wie schlimm als du geht gar nicht. Ich mein, du bist schon schlimmer als Marco. Oh fuck. Als Rob über 3 bis halt. Größte Beleidigung. Ja komm, ey, komm, hier verreckt. Meh. Sind die wieder afghan? Keine Ahnung. Halt doch mal auf. I don't know. You did see. Who carries? Zu behinder zum rennen. Okay, er will zwei gegen einen. Witzel kann ich gerne machen. Spacko, Alter. Ja. Dead Aim. Junge, was ist denn das für ne Runde, ey? Jeder geht afk, gammelt nur rum, oder... einfach raus. Oh, Max, das war deine Gelegenheit. Strives, ich wollte auch daggern. Ja, mit Breaker, einfach nach vorne pushen. Hä, warum? Hätt er dich gekillt. Nee. Ich werd so in den reingelegt, wenn er so nach vorne fliegt. So wie ich so in den Bauch. Genau. Es gibt nur einen Grund, warum ich Exo hasse. Kann man so rumlacken, man? Die Leute leben länger. Die leben einfach länger, weil die die ganze Zeit nach oben springen. Das ist wie in Call of Duty einfach Bunnyhop da. Du stammst die ganze Zeit wie so'n... ...Pisser... ...rum. So'n Band. Yo. Alter, dieser Shane war so ein Dreckslacker. Beef. Ja, der Typ rasiert schon. Ja, mit Luck hat's Lücken. Noch mehr Luck. Oh, dann leckt der auch noch wie Scheiße. Na ja, 54 ms. 55, Gott. Hold on, dude. Trotzdem hat der Stammbilder wie sonst was. Was sag' ich da mit Rams? Läuft 100% flüssiger. Okay, bei der Aufnahme läuft es auch 100% flüssiger. Ich weiß ja, wenn du... Nein, du weißt es nicht, weil du mich damit aufnimmst. Ich will ja nicht. Grafikkarte einfach fünf Generationen... ...neuer ist als meine. ...neuer ist als meine. Meisig, ne? Was überlebst du? Der Puster lebt noch! Der lebt immer noch! Pisser. Dicke Cancell, ey. Flieg. Instant mich nicht weg! Damn, f*** wir spawnen! Ah, den einen will ich noch. Aber ob ich ihn kriege, ist... ...eine andere Frage. Du hättest ihn jetzt nur einmal hitten müssen, ne? Ich weiß. Guck's dir an! 400 ms! Genau! 400 ms! Nur 55 ms! Oha! Oha! Schön! Wir haben's aufs Video. Geht gar nicht. Oha! 45 ms! 50 ms! 100 ms! ... ...